Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. Eine Sonderausgabe deshalb, weil ich einmal mehr nicht alleine vor der Kamera stehe, um eure Fragen zu beantworten, sondern mir prominente Unterstützung an die Seite geholt habe. Bei mir ist unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender, mein Kollege Hans Häusler, der im Vorstand unserer Regierungsfraktion unter anderem zuständig ist für die Zusammenarbeit von uns freien Wählern mit all den vielen Verbänden, Institutionen und Organisationen im Freistaat. Lieber Hans, herzlich willkommen bei Frag Fabian. Danke Fabian. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Schön, dass du da bist, lieber Hans. Und der Grund für deine Anwesenheit, der besteht in einer ganz wunderbaren Veranstaltung, die du durchgeführt hast, in unserer gemeinsamen Heimat im Landkreis Dillingen. Dazu hat mich eine Frage erreicht vom Erhard aus Lauingen. Der Erhard hat auf unseren sozialen Medien nämlich wahrgenommen, dass wir, und jetzt kommt es, im Rahmen des Aktionsbündnisses Ländlicher Raum mit der Reihe Fraktion vor Ort einen nordschwäbischen Pflegegipfel über die Grenzen von vier Landkreisen hinweg ausgerichtet haben. Und jetzt schreibt er mir, der Erhard, erklär doch mal, was das alles ist und was ihr da so treibt. Ja, lieber Erhard, vielen Dank für die Frage, die ich natürlich gern zum Anlass nehme, mal zum einen darauf hinzuweisen, was ist Fraktion vor Ort, was ist dieses Aktionsbündnis Ländlicher Raum. Und dann noch viel wichtiger, glaube ich, stellen wir dem Kollegen Häusler die Frage, wie denn der Pflegegipfel gelaufen ist. Fraktion vor Ort, lieber Erhard, das ist so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von uns Freien Wählern. Deshalb, weil wir Freien Wähler ja ein bisschen als Kommunalpartei, als Bürgermeisterpartei einen anderen Politikstieb pflegen als die großen Parteien. Wir wollen nicht an einem grünen Tisch in München in irgendeiner parteizentrale Politik machen, dort Botschaften definieren, die die Leute vielleicht nach demografischen Umfragen hören wollen. Und anschließend erzählt dann jeder Stadt- und Gemeinderat von Aschaffenburg bis Lindau und von Nördlingen bis Passau dieselbe. Wir Freien Wähler machen es andersrum, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wir wollen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, mit beiden Ohren bei den Menschen sein, vor Ort zuhören, dort hören, wo es brennt, was den Menschen auf den Nägeln brennt und das dann mit ins Parlament tragen. Und wer so einen Politikansatz pflegt, er hat, der muss gezwungenermaßen, und der darf, denn das ist es ja, was uns Spaß macht an diesem politischen Geschäft, bei den Menschen sein. Wir Freien Wähler sind fest überzeugt, richtig gute Politik kann nur machen, wer bei den Menschen ist. Gute Politik entsteht nicht hier, Hans, im Raumschiff, Landtag, sondern draußen bei den Menschen. Und deshalb diese Veranstaltungsreihe Fraktion vor Ort, mit der wir ganz bewusst rausgehen, uns nicht hier im Parlament vergriechen und in unseren Büros sitzen, sondern vor Ort mit den Entscheidungsträgern, mit den Landräten, mit den Bürgermeistern und mit den für die jeweiligen Fachthemen verantwortlichen Menschen, die Diskussion suchen, um dann deren Ideen, als diejenigen, die jeden Tag an der Front unterwegs und im Einsatz sind und wissen, was wirklich wichtig ist, mit ins Parlament nehmen, um damit Politik zu machen. Dazu diese Reihe Fraktion vor Ort und das Aktionsbündnis Ländlicher Raum, naja, er hat, das ist sozusagen Freie Wähler-DNA. Wir sind der Anwalt, der parlamentarische Arm des ländlichen Raumes. Daran hat, glaube ich, nicht mal mehr die CSU zwischenzeitlich Zweifel. Und deshalb auch dieses Aktionsbündnis, um all diese besonderen Themen des ländlichen Raums politisch zu pushen, so dass es eben in der Landespolitik nicht nur um Münden und die Mündner Speckgürtel geht, sondern dass das, was Bayern ausmacht, die besondere Lebensqualität im Freistaat, nicht zu kurz kommt. Nämlich die vielen verschiedenen Regionen unseres Landes mit all ihren verschiedenlichen Vorzügen. Das, lieber Erhard, zum Aktionsbündnis Ländlicher Raum und zu Fraktion vor Ort als Veranstaltung und jetzt, Hans, zu dieser konkreten Veranstaltungsreihe. Nordschwäbischer Pflegegipfel in Gundelfingen erzählen. Was war da los? Wie ist es gelaufen? Was habt ihr beschlossen? Ja, zunächst, lieber Erhard, herzlichen Dank für dein Interesse für dieses Thema. Ein Megathema unserer Zeit. Und da vielleicht auch nochmal ganz kurz eine kleine Replik machen auf das Aktionsbündnis Ländlicher Raum, das wir ja bereits 2019 bereits beschlossen haben und 2020 ja öffentlich vorgestellt haben. Ich durfte das von Anfang an auch verantwortlich für die Fraktion mit begleiten. Und das erste Thema und das zentrale Thema, das bisher auch abgearbeitet wurde, ist das Thema Altwerten in der Heimat. Und ein ganz wesentliches Kernthema von Altwerten in der Heimat ist die Pflege. Ist das zu Hause altwerten zu können, zu Hause versorgt zu werden, im häuslichen Umfeld und so weiter. Und nicht nur Corona hat uns jetzt gezeigt, dass wir insbesondere im Bereich der Pflege viel zu wenige Nachwuchskräfte haben, dass wir viel zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die vom Beruf überstrapaziert sind, die frühzeitig aus dem Beruf ausscheiden, die den Beruf möglicherweise nicht in jeder Situation auch entsprechend attraktiv finden und die sehr wohl das Recht haben, Gehör zu finden. Und deshalb haben wir als Freie Wähler Landtagsfraktion, insbesondere wir als regionale Abgeordnete, auch ganz herzlichen Dank an dich, lieber Fabian, für die Unterstützung, haben wir gesagt, wir würden jetzt hier einen Pflegegipfel aufsetzen für den Bereich Nordschwaben zunächst mal. Der kann aber beispielgebend sein für ganz Bayern. Und wir laden hier die entsprechenden Sozialpartner ein. Wir sind ganz bewusst auf die großen bayerischen Träger eingegangen, Sozialpartner, auf die Diakonie, auf die Caritas, auf die VdK. Wir sind zum Zentralklinikum Augsburg gegangen als das Haus der höchsten Versorgungsstufe hier in Schwaben. Eines der größten Krankenhäuser in Deutschland, die Susanne Arnold als die Pflegedirektorin und Vorstandsmitglied hat hier ein wahnsinnig profundes Wissen und ein entsprechendes Engagement. Und hat hier eine große Verantwortung, trägt sich hier für dieses Haus und für die Pflege in Schwaben allgemein. Und deshalb war das ganz klar, wir müssen das entsprechend auch in diesem Bereich abrunden. Und wir haben auch gesagt, es ist auch wichtig, dass wir darüber hinaus auch die Sozialpartnerschaften dabei haben, also auch die Gewerkschaften mit an Bord haben, sodass wir also hier ein großes gesellschaftliches Konglomerat haben, die miteinander hier in der Verantwortung stehen für dieses zentrale Thema, das jetzt im Moment neben der Corona-Krise und neben der Ukraine-Krise jetzt das zentrale Thema, dieses Megathema eben ist. Und wir im Moment ja feststellen, dass wir gerade in den Krankenhäusern viele Stationen derzeit nicht mehr voll belegen können, weil uns die Pflegekräfte fehlen, dass Investoren im Moment nicht in der Lage sind oder sich nicht in der Lage fühlen, zusätzlich die Pflegeplätze im stationären Bereich aufzubauen, weil sie befürchten, keine entsprechenden Fachkräfte dafür zu gewinnen. Und deshalb war das uns ganz wichtig mit all diesen Trägern, mit all diesen Organisationen, aber auch mit der Kommunalpolitik. Wir hatten auch vier Landräte angeschrieben hier aus Nordschwaben. Alle vier Landkreise waren entsprechend auch repräsentativ gut vertreten, sodass wir auch den Schulterschluss mit den kommunalen Gebietskörperschaften, die ja für die Kranken- und auch für die Altenversorgung, für die Seniorenversorgung auch rechtlich zuständig sind. Und so konnten wir also viele Themen miteinander auf den Weg bringen, auch zu einem guten Gesamtergebnis bringen. Professor Peter Bauer hat in seiner Eigenschaft als Pflegebeauftragter des Bayerischen Landtags oder der Bayerischen Staatsregierung auch seinen Fachleihen-Input noch mit eingebracht, der natürlich auch getragen ist von sehr viel Erfahrungswissen und von vielen medizinischen Grundkenntnissen. Das hat uns auch sehr geholfen. Aber ich denke insbesondere, die Vertreter auch dann neben den großen Sozialverbänden, die ich gerade genannt habe, auch aus unseren Krankenhauslandschaften, aus den Kreiskliniken, aus der Behindertenarbeit, Regens Wagner zum Beispiel, ganz wichtig, hat uns da wahrscheinlich geholfen, da zusammen dann eben Lösungsansätze zu finden. Und es waren viele übereinstimmende Fakten, die auf den Tisch kamen und die wir in die politische Arbeit, in die Tagesarbeit auch in Form von Anträgen an den Bayerischen Landtag, Initiativen, Vorschläge auch in Richtung Berlin dann entwickeln wollen und das dann auch entsprechend dann platzieren. Wesentliche Kernthemen, die eigentlich gar nicht so schwierig waren, die aber dann doch von allen im gleichermaßen auf den Schlitt kommen. Ganz einfach mal das Thema Entbürokratisierung der Pflege zum Beispiel. Es wurde berichtet, dass bis zu 50 Prozent und darüber hinaus die Pflegeaufwandsdokumentationsaufgaben sind. Das geht natürlich an Pflege und das geht auch an der sozialen Bindung verloren. Am Bett muss die Arbeit stattfinden, in der Wohnung oder egal wo auch immer sich jemand dann aufhält. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen hier diese Verwaltungsentlastung vorne anstellen. Wir müssen den Betrieb attraktiver machen. Wir haben auch die Ausbildung sehr ernsthaft diskutiert, um auch zu einem höheren Entgelt zu kommen. Der Vorschlag war zum Beispiel, die Ausbildung auf vier Jahre zu verlängern für eine vollexaminierte Pflegekraft und damit natürlich die Höhe einsubieren zu können. Es geht auch in Richtung Akademisierung. Wie weit kann die Akademisierung herbeiträgen? Aber auch was ganz wichtig war und das kam sehr deutlich zum Ausdruck. Wir brauchen auch viele Kräfte, die mit einer etwas geringeren Ausbildung, aber trotzdem als Spezialisten die Pflege unterstützen. Das heißt also Pflegehelferinnen, Pflegehelfer bisher ein Jahr. Wir überlegen uns, ob es nicht zwei Jahre wäre, damit man sich dann auch entsprechend mit einer höheren Qualifikation auch besser bezahlen kann. Und dass sie auch bessere Assistenzleistungen, mehr Assistenzleistungen erbringen können, um so dann den examinierten Kräften dann noch ein Stück weit Entlastung zukommen lassen zu können. Das sind ganz wesentliche Themen, die für uns also entscheidend waren. Entscheidend auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Pflege. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sich auch Pflegende darauf verlassen können, dass der Dienstplan auch eingehalten wird, dass die Familie noch organisiert werden kann. Oft war es ja so, dass dann am Samstag Nachmittag jemand mitgeteilt bekommt, dass er am Montag oder sogar schon am Sonntag früh zum Dienst kommen muss und niemand für die Berührung der Kinder hat und so. Das sind alles Themen, die wir da zusammengebracht haben. Und ein ganz wesentliches Thema, was von allen angesprochen worden ist, wir brauchen wieder eine Image-Kampagne. Und es herrscht wenig Verständnis unter den Beteiligten und allen Beteiligten, dass das Bayerische Gesundheitsministerium die Image-Kampagne abgeblasen hat, die vorher Dauer die Gelder nicht mehr zur Verfügung stellt. Wir wollen das jetzt als Freie Landtagsfraktion, so haben wir es wenigstens besprochen, hier in Gundelfingen, noch einmal auf den Weg bringen. Wir wollen das noch einmal auf den Weg bringen, dass wir positiv über den Pflegeberuf reden und nicht negativ. Dass wir Perspektiven anbieten und nicht Restriktionen zur Kenntnis nehmen. Wir wollen den Pflegeberuf, einer der Teilnehmer hat das wunderbar gesagt, wir wollen so eine Pflege, das ist cool. Und Pflege soll auch kommunale Aufgabe sein. Die Kommunen haben Interesse, diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir müssen das nur so organisieren, dass das im Rahmen der Konnexität natürlich nicht an den Kommunen hängen bleibt. Aber die Verantwortung wollen die Kommunen, die kennen die Situation fort, die kennen ihre Leute und die wollen gemeinsam alt werden. Und damit können wir natürlich, wenn wir hier die Verbindungen zwischen ambulanter und stationärer Pflege enger knüpfen, dann können wir auch natürlich sowohl unsere Krankenhäuser sehr stark entlasten, als auch die Pflegeheime, die Pflegeplätze, die gar nicht vorhanden sind. Das heißt also im Klartext, wenn wir den Menschen ermöglichen, zu Hause alt zu werden, auch bei verschiedenen Krankheiten zu Hause betreut zu werden, dass wir dann natürlich auch das System insgesamt entlasten. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und dazu zählt natürlich auch zu dieser Entlastung auch die Tatsache, dass die Betroffenen auch ihre persönliche Perspektive dann auch entsprechend einbringen können und müssen. Und ich glaube, da gibt es auch Vorschläge von uns, die Gemeindeschwester Plus zum Beispiel, die Assistenzleistungen machen kann, die also das Bindel, die zwischen ärztlicher Versorgung ist und stationärer Versorgung. Und vielleicht noch eines zum Schluss, es geht auch um die Angehörigen der zu pflegen, denn die Angehörigen sind diejenigen, die oft am stärksten belastet sind. Bei uns in Bayern werden rund 80 Prozent der Pflegefälle von Familienangehörigen und einem häuslichen Verbund gepflegt. Und da brauchen wir auch entsprechende Entlastungssegmente. Das heißt also, wir brauchen stärkere Tagespflege, wir brauchen viel mehr Kurzzeitpflege. Alle Repräsentanten der Organisation haben gesagt, Kurzzeitpflege, Unsinn, rechnet sich für uns nicht. Wirtschaftlich nicht darstellbar. Ich stelle Personal zur Verfügung, ich stelle Ausstattung zur Verfügung. Wenn jemand kommt, kann ich abrechnen, wenn niemand kommt, kann ich es nicht abrechnen. Und die haben sich jetzt alle nach uns nach von Kurzzeitpflege entfernt. Wir müssen die Kurzzeitpflege auch für den Betreiber wieder attraktiv machen. Wir müssen auf Kurzzeitpflege setzen, sodass, wenn im Krankenhaus jemand entlassen wird, der kann nur dann entlassen wird, wenn eine Nachversorgung da ist, wenn eben entweder die häusliche Betreuung sichergestellt ist oder wenn ein Kurzzeitpflegeplatz da ist. Sonst muss er im Krankenhaus verbleiben. Und genauso ist es eben auch, wenn die häuslichen Pflegenden einmal Regeneration brauchen, mal von ihrem Stress ein Stück weit Abstand gewinnen wollen, wenn sie mal in Urlaub fahren wollen, dann brauchen einen Kurzzeitpflegeplatz. Das sind alles Themen, könnte das noch viel weiter ausführen, die wir hier miteinander besprochen haben, die wir in unsere parlamentarische Arbeit einbringen und die ganz einfach wichtig sind, um das Thema Pflege, um das Thema Altwirten zu Hause, um das Thema ambulant vor stationär, auch künftig mit Leben zu erfüllen und von den Versprechungen und von den Ankündigungen wegzukommen und in Taten umzusetzen. Das ist unser Anspruch. Ja, lieber Hans, Pflege ist cool, so war es formuliert. Und noch cooler, wenn ich so sagen darf, finde ich dein leidenschaftliches Engagement für die Pflege, das soziale Gewissen, so ein bisschen gemeinsam mit Professor Bauer unserer Freien Wähler Regierungsfraktion, deshalb dir ein herzliches Vergelt's Gott, nicht nur für die profunde Beantwortung der Frage von dir, lieber Erhard, sondern vor allen Dingen für all das Engagement mit Herzblut, das da dahinter steckt. Ich glaube, das hat man sehr, sehr deutlich gemerkt. Und vor allen Dingen auch Gratulation zur hervorragenden Veranstaltung in Gundelfingen. Ich durfte persönlich kurz mit dabei sein. Und es war wirklich klasse zu sehen, wie da einfach vier Landkreise mit ihren Spitzenvertretern, aber auch all die Organisationen, die eine Rolle spielen, da an einem Tisch saßen und sich kluge Gedanken gemacht haben, was man auf welche Weise verbessern könnte. Und deshalb freue ich mich auch schon auf das Antragspaket, Erhard. Da wird man dann wieder von uns hören, dass aus diesem nordschwäbischen Pflegegipfel dann erwachsen ist und hoffentlich auch viele, viele Folgeveranstaltungen, sodass nicht nur gesprochen, sondern auch gehandelt ist. Denn genau das, Hans, ist ja immer dein Ansatz. Ich sage vielen Dank für den Besuch bei Frag Fabian. Ich hoffe, Erhard, wir konnten deine Frage diese Woche beantworten. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn wir uns wieder aus dem Badischen Landtag melden. Und es heißt Frag Fabian.